Gewalt ist ein wesentlicher Teil des Landlebens. Ich habe gelernt, eine blutende Wunde zu nehmen, eine Schrotflinte zu laden und zu schießen. Meine Hände haben all das getan, aber in meinem Kopf war es nie leicht. Ich spürte seinen Herzschlag in meiner Hand. In all der Zeit, in der er weg war, habe ich nur für ihn gebetet. Da drüben war ich ein Befreier. Die Leute standen auf der Straße, haben uns erwartet. Aber manchmal vermisse ich es. Geht mir auch so. Du hast immer gesagt, du willst sparen, dass ein eigenes Grundstück für uns die einzige Möglichkeit ist, frei zu sein. Du solltest nicht für sie arbeiten. Ich arbeite nicht für sie, ich arbeite für uns. Ich hatte für mein Land gekämpft und kam zurück, um festzustellen, es hatte sich nichts geändert. Ich weiß nicht, was man ihnen da drüben erlaubt hat, aber sie sind hier in Mississippi. Sie gehen durch die Hintertür. Jamies Blick war ein anderer. Und wenn er mich betrachtete, hatte ich das Gefühl, nicht mehr unsichtbar zu sein. Ich habe gesehen, wie du ihm nachsteigst. Vielleicht ist Henry einfach zu blöd, es zu merken. Aber ich nicht. Mach die Augen auf, großer Bruder. Ich kümmere dich nur um dich und deine Farm, dass du gar nicht siehst, wie unglücklich deine Frau ist. Pass auf, was du sagst. Sie bearbeiteten dieses Land ihr ganzes Leben. Ich bin es nicht gewohnt, einem Kampf aus dem Weg zu gehen. Jetzt nicht mehr. Dieses Land, das nie ihr sein würde. Du musst nicht gehen, Jamie. Ich kann hier nicht bleiben. Sie arbeiteten, bis sie schwitzten. Wir kriegen das hin? Sie schwitzten, bis sie bluteten. Sie bluteten, bis sie starben. Der nie ihnen gehören würde. Wenn ich an die Farm denke, denke ich an Schlamm. Ich träumte in Braun. Ich träumte in Braun.